Tick, tack, tick, tack, tick. Vor grauen Jahren lebt ein Mann in Osten, der einen Ring von unschätzbarem Wert aus lieber Hand besaß. Es ist der Tempelherren Pflicht, dem Ersten, dem Besten beizuspringen, dessen Not sie sehnen. Wenn's auch nur das Leben einer Juden wäre. Was für ein Glaube. Was für ein Gesetz. Hat dir am meisten eingeleuchtet. Wenn ich einen mehr in euch gefunden hätte, dem es genügt, ein Mensch zu heißen.